Hey Leute, ich habe heute mal eine Kleinigkeit gebastelt, habe ein paar Kills von mir zusammengesucht. Am besten, ihr schaut es euch einfach mal an, wenn es euch gefällt. Ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen. Also Leute, viel Spaß beim Schauen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.